Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Contract Wars. Diesmal wieder mit der SKS und wieder auf der gleichen Map, wie ich sonst öfters auch immer spiele. Diesmal sieht man vielleicht schon von Anfang an, denn es ist ziemlich komische Qualität. Ich habe einmal kurz etwas an Preps umgestellt und wollte mal gucken, ob das auch geht. Und naja, das ist halt eben das Ergebnis und das heißt, dass es nicht geht. Nächste Videos werden natürlich wieder in originaler Qualität abgespielt. Dieses Mal sieht es halt einfach nur ziemlich, ja, verschwommen aus. Verschwommen und verwechselt eigentlich. Das Gamecare war trotzdem relativ gut und ich wollte es eigentlich nehmen, weil so eine Waffe hat man halt nicht immer die Chance. Von der Waffe habe ich ja schon ein Video gemacht. Aber naja, ich finde das hier könnte man auch noch nehmen. Ganz am Ende hatten wir, glaube ich, ein 10er Kill wieder, also Stormkill. Und ja, deswegen war das Video auch relativ gut. Und ich überlasse euch einfach mal das Video an sich. Also, bis dann. Tschüss. Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020